Wir sind kein Organ des Bundes und haben immer eigenständig agiert. Diese Worte der ÖVP Niederösterreich, die konnte man in den letzten Tagen in vielen Zeitungen lesen. Mit der Korruptionsaffäre der BundesöVP, da habe man nichts zu tun, heißt es. Dennoch ist auch die ÖVP Niederösterreich zuletzt mit Negativschlagzeilen aufgefallen. So laufen Ermittlungen wegen überteuerter Inserate und auch die Wahlkampfobergrenze, die scheint ein Dauerbrenner. Was hat es damit nun auf sich und warum wollte eigentlich niemand das Fairness-Abkommen der ÖVP Niederösterreich unterzeichnen? Das frage ich nun Bernhard Ebner. Er ist Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Die ÖVP mit Landeshauptfrau Mikkel Leitner, die erholt sich ja in aktuellen Umfragen trotz des kräftigen bundespolitischen Gegenwinds, muss man sagen. Man ist jetzt bereits wieder auf 41 Prozent und vor allem in der Generation 60 plus, da sei der Tenor Mikkel Leitner wählen oder zu Hause bleiben. Das sagt zumindest Meinungsforscher Christoph Haselmayr. Ist das jetzt ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk für die ÖVP? Es ist so, dass gerade wir in Niederösterreich eine Situation erleben, wo es viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gibt, die den Unterschied zwischen der Bundespolitik und der Landespolitik erkennen. Wir sehen auf der einen Seite in der Bundespolitik sehr viel gegeneinander, Hass, Streit, Auseinandersetzung erst wieder die letzten drei Tage im Parlament wieder sichtbar geworden. Und in Niederösterreich hat unsere Landeshauptfrau seit 2017, seit sie Landeshauptfrau in Niederösterreich geworden ist, den Weg des Miteinander beschritten. Die anderen Parteien eingebunden versucht, auch gemeinsam Lösungen zu finden. Und dieser Unterschied ist sichtbar geworden, jetzt noch deutlicher als früher. Und daher gibt es viele in Niederösterreich, die sagen, ja gut, dass wir in Niederösterreich sind. Und auch gut, dass wir in Niederösterreich sind, auch deswegen, weil bei uns auch die Themen der Menschen auch angesprochen werden. Unsere Landeshauptfrau sagt immer, die Anliegen der Menschen müssen die Aufgaben unserer Politik sein. Und das nehmen wir uns zu Herzen. Und daher haben wir auch bei unseren wichtigsten Themen in Niederösterreich, glaube ich, einen sehr, sehr guten Weg vor uns, den wir beschreiten wollen. Das ist die Kindergartenoffensive zum Beispiel. Das ist unser Weg zur Energieunabhängigkeit. Das ist unsere Maßnahmen zur Teuerung, um nur einige herauszugreifen, wo das Land tut, was ein Land tun kann. Und darum geht es. Und vielleicht sind das auch alles Aspekte dazu, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher jetzt sagen, ja, ich vertraue der Volkspartei, ich vertraue der Volkspartei auch in Zukunft, das Land in eine gute Zukunft zu führen. Umfragen sind jetzt ja trotzdem nur einmal Prophezeiungen. Was sollte passieren, wenn sie vielleicht doch dann unter 40 Prozent fallen würden? Gibt es dann Konsequenzen? Also wir haben ja für heuer klar definiert, 2022 ist ein Arbeitsjahr, wo es uns geht, um die Themen der Bevölkerung, die Themen für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Das tun wir auch. Wahlkampf ist für uns 2023. 2023, da haben wir dann den Jänner für uns auch gebucht quasi, wo wir gesagt haben, da hauen wir sich ganz stark rein, da machen wir einen intensiven Wahlkampf für Niederösterreich. Wir werden starten am 9. Jänner und der wird dauern bis zum 29. Jänner bis zum Wahltag. Und ja, dann werden wir auch unsere Ziele definieren, dann werden wir sich auch mit dem Wahlkampf intensiv auseinandersetzen. Jetzt steht Arbeiten für Niederösterreich im Mittelpunkt. Klicken wir noch, bevor wir weiter zum Wahlkampf kommen, zu einem anderen Thema und zwar auf die EU-Ebene. Europaministerin Edtstadler, die ist jetzt mit diesem Vorschlag vorgeprescht, dass man einen Zaun oder eine Mauer an der Außengrenze errichten möchte. Auch Bundeskanzler Karl Nehmer hat dem jetzt zugestimmt, kann man sagen. Und Sie? Es ist so, dass wir in Niederösterreich ja einen Grundsatz haben. Wir unterstützen die Schwächsten, aber nicht die Frechsten. Für uns ist ein jeder, der Hilfe braucht, der Schutz braucht, ist herzlich willkommen in Niederösterreich. Den helfen wir auch. Das haben wir bewiesen. Auch bei der Ukraine-Krise, wie die begonnen hat im Februar, wo ganz viel Hilfsbereitschaft in Niederösterreich auch gegeben war. Wir haben Sammelaktionen gemacht, auch über unsere Parteiorganisationen. Niederösterreich hilft, war so das Motto. Auch parteiübergreifend bittet der SPÖ mit der FPÖ gemeinsam. Unsere Landeshauptfrau ganz stark auch das Thema Hilfe für Ukraine in den Mittelpunkt gestellt hat, wo gesammelt wurde, wo unterstützt wurde, wo Wohnungen geöffnet wurden, um hier auch wirklich zu helfen. Also wenn Hilfe notwendig ist, helfen wir in Niederösterreich und wir helfen denen, die sie brauchen und nicht denen, die die Frechsten sind und zu uns einfach so kommen wollen. Das heißt, sind Sie jetzt für einen Zaun zu haben? Sagen Sie, das ist eine gute Idee oder doch nicht? Also ich glaube, die Maßnahmen müssen auf Bundesebene diskutiert werden und in dem Fall sogar europäisch diskutiert werden. Und ich glaube, ja, es ist ein Schritt dazu, der diskutiert werden soll, um am Ende des Tages mehr Sicherheit und Schutz auch für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gewähren zu können. Die Bundes-ÖVP, die strauchelt ja schon länger mit der Korruptionsaffäre. Da gibt es ja auch den U-Ausschuss, da waren ja auch Sie und auch die Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner geladen. Man betont hier unentwegt, dass man eben immer eigenständig agiert hätte. Ist das denn wirklich so? Naja, zum U-Ausschuss vielleicht erlauben Sie mir ein Wort. Unsere Landeshauptfrau und ich, wir haben vor vornherein betont, dass diese Ladung in den Untersuchungsausschuss im Ort dem Wahlkampf geschuldet ist und nicht der Aufklärung. Erstens einmal der Zeitpunkt der Ladung, das war genau an dem Tag, wo in Niederösterreich in der Landesregierung einstimmig der Wahltermin 29. Jänner fixiert wurde, ist am Nachmittag dann die Ladung gekommen in den Untersuchungsausschuss. Die Landeshauptfrau ist jetzt sogar zweimal geladen worden. Ich war auch in den Untersuchungsausschuss. Und was da sehr deutlich sichtbar geworden ist, das Gegeneinander, das Hickhack, was dort auf Bundesebene herrscht, also das spürt man schon, wenn man mit dem Raum geht. Da ist ja selbst das Grüßen mittlerweile ein Thema. Also da sehen wir, das ist eine Situation, die für uns nicht in Ordnung ist. Jetzt ist sogar noch verlängert worden bis zum Ende unseres Wahlkampfes, bis zum Wahltag. Bis Ende Jänner ist der Untersuchungsausschuss verlängert worden. Und man sieht da schon, es geht nicht um Aufklärung, sondern es geht in Wahrheit einzig und allein den Untersuchungsausschuss auch als Wahlkampfbühne zu nutzen. Das machen die anderen Parteien mit uns leider nicht so machen, sondern wir konzentrieren uns auf Niederösterreich, weil es geht um Niederösterreich bei der Landtagswahl, es geht um Blaugelb. Bleiben wir kurz beim U-Ausschuss, vielleicht das auch um zu korrigieren. Es ist ja dann nicht bis zum 29. nicht, dass das jetzt irreführend ist. Der U-Ausschuss dauert dann bis zum 1. Februar, fällt nicht direkt zusammen. Man sagt jetzt eben, man versteht nicht, warum man jetzt geladen worden ist. Eben auch Johanna Mikkel-Leitner, man hätte hier nichts zu tun. Aber schaut mal ein bisschen in die Vergangenheit, so ist es ja doch Johanna Mikkel-Leitner gewesen, die Kurz entdeckt und gefördert hat und auch für ihn lobbyiert hat. Seitdem die Rutsche in die Spitzenpolitik gelegt, war dann auch seine Chefin und hat unter anderem auch gesagt, Kurz hat einiges von mir gelernt. Wie passt das jetzt zusammen? Man muss ja wissen, worum geht es in diesem Untersuchungsausschuss. Da geht es um Organe der Bundesvollziehung im Zeitraum 2017 bis jetzt. Und auch jeder weiß, dass die Landeshauptfrau 2017 Landeshauptfrau geworden ist, 2016 nach Niederösterreich zurückgekommen ist. Das heißt, im Untersuchungszeitraum war sie kein Organ des Bundes. Da hat sie auf Bundesebene keine Funktion gehabt, sondern hat sich einzig und allein auf Niederösterreich konzentriert, auf die Arbeit für Niederösterreich. Da war auch viel zu tun. Das hat sie perfekt gemacht, das hat sie auch gut gemacht. Und das steht jetzt am 29. Jänner wieder zur Wahl. Das heißt, jetzt mit Bundeskanzler Karl Nehammer ist man dann nicht so eng in Kontakt? Ich glaube, dass gerade für uns in der Volkspartei Niederösterreich ein Grundsatz immer gegolten hat. Wir sind selbstständig, wir sind durchaus auch selbstbewusst. Wir haben immer auf Niederösterreich geschaut und haben immer die Anliegen der Menschen in Niederösterreich in den Mittelpunkt unserer Arbeit gestellt. Wir waren in Wahrheit nie schwarz, wir waren auch nicht türkis, wir waren immer blau-gelb, weil für uns blau-gelb, weil für uns Niederösterreich im Mittelpunkt steht. Manche sagen sogar, wir waren nie links und auch nie rechts, sondern wir waren immer auch nicht einmal in der Mitte, sondern immer nur für Niederösterreich da. Wenn es Niederösterreich hilft, dann machen wir das, dann ist es auch richtig und dann ist es auch gut für uns. Und ansonsten gehen wir durchaus auch in Konfrontation, wenn es Niederösterreich schaden würde. Jetzt gab es ja auch ein paar Vorwürfe direkt eben gegen die ÖVP Niederösterreich. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit Inserate in diesen ÖVP-nahmen Medien. Unter anderem geht es um die Hypo Niederösterreich, die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur. Was hat es denn jetzt mit dieser sogenannten, von der FPÖ genannten, ÖVP-Inseraten-Kreislaufwirtschaft tatsächlich zu tun? Man muss vielleicht auch hier die Geschichte sehen und man muss auch das in die Zeit passend sehen. Das ist Wohlkampf und bei Wohlkampf werden einfach, manche nutzen das halt auch für irgendwelche Untergriffe oder für irgendwelche Beschuldigungen, die sich da noch aushaltlos herausstellen. Denn es ist so, dass wir vom unabhängigen Parteien-Transparenzsenat, da ist eine anonyme Anzeige eingegangen. Der hat das geprüft und hat dann festgestellt, es liegt kein Fehlverhalten vor. Daraufhin war es zu wenig für die Opposition, haben sie gesagt, wir machen die größte Prüfung für den Landesrechnungshof, die es je in der Geschichte gegeben hat. Die Prüfung ist gerade im Laufen und die ersten drei Ergebnisse sind jetzt bekannt geworden, sind diese Woche auch im Landtag, also gestern auch diskutiert worden, auch besprochen worden und siehe da, weil die Ergebnisse nicht in die Wahlkampfstrategie der anderen Parteien passen, kritisieren sie jetzt den Rechnungshof, den sie über Jahrzehnte hinweg immer gelobt haben für die sehr umsichtige und gute Arbeit für Niederösterreich. Die Vorsitzende Edith Goldeband erst vor wenigen Monaten mit großen Lobeshymnen wieder bestellt wurde auf Antrag aller Parteien, weil sie jetzt nicht ins Wohlkonzept passt. Jetzt auf einmal kritisieren sie den Rechnungshof. Ich glaube, dass der Rechnungshof eine sehr gute Arbeit macht, dass er das auf der rechtlichen Basis, so wie die Gesetze es vorgeben, auch perfekt abgewickelt hat und da ist das rausgekommen, was rausgekommen ist. Die Prüfung von den drei Instituten ist abgeschlossen, ist auch jetzt besprochen worden, auch diskutiert worden und man sieht auch hier, es liegt kein Fehlverhalten vor. Jetzt ist wieder eine anonyme Anzeige gekommen, weil scheinbar das Ergebnis nicht passt. Also man sieht, es wird zurzeit mehr mit anonymen Anzeigenpolitik gemacht, als tatsächlich mit Inhalten und mit Themen. Kritik kam eben auch von der Opposition. Man sagt, der Landesrechnungshof hätte entscheidende Details ausgelassen. Wären Sie jetzt eigentlich bereit, zum Beispiel, wie es ja jetzt in der BundesövP dann doch oft so war, private Chats? Also hätten Sie da Bauchweh, wenn jemand Ihre privaten Chats jetzt durchsuchen würde? Also bei meinen Chats? Nein, überhaupt nicht. Also bitte gerne, also kann jeder reineschauen. Ich sage einmal, ein Handy ist heutzutage ein Werkzeug. Da geht es ja darum, zu kommunizieren, zu reden. Und alles, was ich schreibe, das ist natürlich auch bedacht. Und ich sage einmal, ich habe da überhaupt kein Thema, nicht, dass man über sowas jetzt redet. Nur eines, und das muss man an dieser Stelle schon auch anführen. Heutzutage wird halt sehr vieles bei Politikern hinein interpretiert, beziehungsweise auch mit anonymen Anzeigen auch dargestellt. Das hat man jetzt auch gesehen beim Landeshauptmann Wallner, der sieben Monate lang in Wahrheit jetzt kritisiert wurde, bis hin auf die Anklagebank fast gekommen ist. Und jetzt stellt sich alles als haltlos heraus. Und in Wahrheit ist da gar nichts dahinter gewesen. Also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, auch mit Vorverurteilungen. Das hat man jetzt beim Landeshauptmann Wallner gesehen. Also ich glaube schon, was dieser gesamte Themenkomplex betrifft, ich glaube, es wäre richtig, da ein bisschen Druck herauszunehmen, ein bisschen mehr wieder aufeinander zuzugehen, einfach miteinander auch zu reden. Natürlich, da haben Sie absolut recht. Man muss das ja auch betonen, das ist ein Verdacht. Es gilt natürlich die absolute Unschuldsvermutung. Sie haben ja auch schon mehrfach gesagt und jetzt auch ausgeführt, es sei ein schmutziger Wahlkampf. Damit es eigentlich nicht zu diesem kommt, wollte die ÖVP ja ein Fairness-Abkommen unterzeichnen lassen. Dass es jetzt von der ÖVP kommt, das haben viele im Vorfeld ein bisschen als Situationskomik empfunden. Wie viel Showpolitik war denn da auch dabei? Also Situationskomik würde ich darin gar nicht sehen, sondern wir haben für uns klar definiert, wir wollen eine Vertrauensallianz für Niederösterreich machen. Wir sehen, dass gerade auf der Bundesebene eben das Gegeneinander überwiegt und das wollen wir in Niederösterreich nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die Menschen wollen, dass gearbeitet wird für das Land. Und das haben wir in den Mittelpunkt auch der Gespräche gestellt. Ich habe mit jeder Fraktion auch ein Gespräch geführt. Da ist großes Einvernehmen da gewesen. Da hat jeder gesagt, ja gescheit, dass wir darüber reden. Das machen wir vernünftig, machen wir. Es gibt ein paar stilistische Punkte, die ich angeführt habe, wie zum Beispiel kein Dirty-Campaign, keine Untergriffe, keine Angriffe, keine Beschädigung von Werbematerial und dergleichen mehr. Und es gibt ein paar organisatorische Punkte, um Transparenz und dergleichen mehr. Das haben wir diskutiert mit allen Parteien. Wir waren gerade dabei, einen gemeinsamen Termin zu koordinieren, um einen gemeinsamen Nenner zu finden, den man dann auch dementsprechend unterschreiben kann. Und siehe da, auf einmal wie im Domino ist einer nach dem anderen ausgeschert und hat gesagt, nein, sie sind nicht dabei bei diesem Faires-Abkommen, bei dieser Vertrauensallianz für Niederösterreich. Und man sieht leider jetzt doch schon, was in Wahrheit der Grund ist. Der Grund ist, weil der schmutzigste Wahlkampf in Niederösterreich aller Zeiten droht. Die Untergriffe beginnen bereits, die Anschuldigungen beginnen, die anonymen Anzeigen werden mehr. Also man sieht da schon, der Wahlkampf die nächsten eineinhalb Monate, da wird viel Tiefes, viel Schmutziges daherkommen. Ich zitiere da gerne immer der Michael Häupl, Altbürgermeister aus Wien, der mir gesagt hat, Wahlkampf ist die Zeit fokussierter Unintelligenz. Und ich glaube, das trifft durchaus auch auf einige Parteien in Niederösterreich zu. Sehr schön gesagt, muss ich sagen. Jetzt haben Sie ausgeführt, was in diesem Fairness-Abkommen drin sein sollte. Sind das nicht aber alles Dinge, die so oder so klar sein sollten? Warum braucht man dafür so ein Abkommen? Für uns ist sowieso klar, wir haben ja auch im Landesparteivorstand einen Beschluss gefasst, dass wir genau das einhalten werden, was wir da auch mit allen anderen Parteien erarbeiten wollten. Warum sich die jetzt nicht daran halten und sagen, sie brauchen kein Fairness-Abkommen, sie wollen keines machen, das sieht man leider, weil der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten vor der Tür steht. Das werden Sie schon gewusst haben und dadurch sind, haben Sie dann gesagt, das wird uns zu eng, da wollen wir jetzt nicht dabei sein. Die ÖVP, die gilt ja auch als christliche Partei, eine der zehn Gebote, heißt, du sollst nicht lügen. In der Vergangenheit hat man es aber mit den Wahlkampf-Obergrenzen immer ein bisschen schwammiger gesehen. Ex-Kanzler Kurz hat sie dann fast zur Tradition werden lassen und jetzt ist ja auch ein Vorwurf eben im Raum, dass es zum dritten Mal in Folge überschritten werden sein soll. Tut man in der ÖVP alles, um an Wähler zu kommen? Nimmt man das einfach in Kauf, dass man sagt, wir überschreiten das ganz bewusst? Also ich denke, wenn man die Bundeswahlkampfkosten-Obergrenze hernimmt von der Nationalratztwoch 2019, die jetzt mehrfach auch geprüft wurde und noch immer nicht klar ist, was ist jetzt tatsächlich in die Wahlkampfkosten hineinzurechnen und was nicht, ich glaube, dass da ganz viel Graubereich auch gegeben ist, was tatsächlich dann auch in den Wahlkampfkosten drinnen ist und vielleicht dient es auch dazu, da Klarheiten zu schaffen. Es gibt ja immer noch die Situation, dass laut Christian Stocker ist ja die Obergrenze auf 6,5 Millionen, das heißt, sie ist nicht überschritten worden, die 7 Millionen. Es gibt da gegenseitige Meinungen, dass jetzt juristisch geprüft werden soll, also ein Ende ist ja da noch nicht gegeben. Es ist noch nicht klar, ob sie überschritten sind oder nicht. Was uns in Niederösterreich betrifft, und dafür bin ja ich verantwortlich, im Wahlkampf in Niederösterreich, da werden wir uns selbstverständlich an die Wahlkampfkosten-Obergrenze halten. Die ist für uns im Gesetz. Dadurch werden wir alles daran setzen, diese auch einzuhalten. Das ist gemeinsam mit der SPÖ in Niederösterreich beschlossen worden, eine Obergrenze von 6 Millionen. Wir haben uns dabei orientiert an der Situation in Wien. In Wien annähernd gleich viele Wahlberechtigte. Eine Stadt, wo leichter Wahl zu kämpfen ist, als wir jetzt in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich. Daher haben wir gesagt, okay, wir machen trotzdem die Grenze so wie in Wien, die 6 Millionen, die ja in Wien die SPÖ damals mit den Grünen fixiert hatte. Und haben gesagt, okay, wenn in Wien 6 Millionen sind, dann machen wir das auch in Niederösterreich. Obwohl eigentlich in einem Flächenbundesland mehr notwendig wäre. Und wir haben bewusst gesagt, nein, wir machen 6 Millionen und diese werden wir uns auch halten. In Niederösterreich, da wurden am 15. November am Leopolditag 220.000 Flaggen verteilt. Eben mit ÖVP Niederösterreich, Logo auch drauf, also Niederösterreich-Flaggen. Es drängt sich ein bisschen die Frage auf, ob das ein Versuch ist, die Obergrenze dann doch zu umgehen. Denn erst ab dem 18. November, meinen Recherchen zufolge, müssen Parteiausgaben als Wahlkampfkosten dann deklariert werden. Ist es jetzt tatsächlich Zufall, dass die Flaggen drei Tage zuvor verteilt worden sind? Also der Zufall ist im Wahrheit der Landesfeiertag und der ist am 15. November in Niederösterreich. Daher den Kippe nicht verrücken. Wir haben alle Jahre ein Mitgliedergeschenk. Das ist für uns wichtig, am Mitgliederhaushalten erstens einmal Danke zu sagen, dass Sie der Volkspartei treu sind und auf der anderen Seite natürlich auch Botschaften und Inhalte auch mitzugeben. Und wir haben uns heuer entschieden, weil wir ganz viele Anfragen gehabt haben, wo kriege ich Niederösterreich-Fahne her. Da haben es viele Funktionäre gegeben, die gesagt haben, ich hätte gerne solch eine Fahne. Auch für den Landesfeiertag haben wir uns entschieden, das Mitgliedergeschenk 2022 eine Niederösterreich-Fahne zu machen. Ich muss ein bisschen korrigieren, es sind 160.000 Mitgliederhaushalte, es sind 220.000 Mitglieder, die wir haben. Aber zum Glück wohnen die zum Teil ja auch zusammen. Und dadurch sind es 160.000 Haushalte, die bedient wurden, wo eine Niederösterreich-Fahne auch ausgegeben wurde. Und wir haben auch aufgerufen, diese auch sichtbar zu machen am 15. November. Und da hat es ganz, ganz viele Fotos gegeben in Facebook, in Instagram, wo Funktionäre, wo Mitglieder der Volkspartei diese Fahnen auch sichtbar gemacht haben. Es war ein schönes und ein starkes Zeichen für Niederösterreich. Auch um dieses Heimatgefühl einfach auch zu stärken und einfach auch zu zeigen, ja, wir sind stolz auf Niederösterreich. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreich sind froh, dass sie in Niederösterreich leben können. Gut, dass wir in Niederösterreich sind, war so das Motto. Und ich glaube, das hat es auch sehr sichtbar gemacht. Im Niederösterreich-Briefing auf YouTube, da haben Sie gesagt, dass die letzten fünf Jahre auf Bundesebene für Niederösterreich eigentlich nichts getan worden ist. Kann man also sagen, dass Sie von der Politik auf Bundesebene eher enttäuscht sind? Es ist so, dass wir in Niederösterreich ja das tun, was ein Land tun kann. Und da konzentrieren wir uns auf die Maßnahmen, die für uns wichtig sind. Gerade was die Teuerungsmaßnahmen betrifft, die wir im Sommer gemeinsam mit den anderen Parteien im Landtag beschlossen haben, haben ja sichtbar gemacht, dass wir das tun, was ein Land tun kann. Das ist ein Strompreisrabatt zum Beispiel, ein Schulstartgeld, Heizkostenzuschuss, Pendlerhilfe, Wohnhilfe. Also in all diesen Bereichen haben wir eigene Maßnahmen gesetzt. Und ja, der Bund muss natürlich die anderen Maßnahmen auch treffen, hat er auch gemacht. Ich glaube, da ist auch vieles passiert. Was jetzt noch ausständig ist, und das hat unsere Landeshauptfrau letzte Woche auch wieder sehr vehement eingefordert, diese Unterstützung für die Betriebe, speziell für die kleinen und Mittelbetriebe im energieintensiven Segment, auch für die Kreisler, für die kleinen Händler in den Gemeinden. Die braucht man für die Ortstruktur und denen muss man unter die Arme greifen. Und ich glaube und ich hoffe, dass da der Bundesminister Kocher auch auf dem Weg ist, etwas zusammenzubringen, damit man diesen Unternehmen auch unter die Arme greifen kann. Kommen wir zur letzten Frage. Ich bitte um eine kurze Antwort. Wir sind schon knapp in der Zeit. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Was wünschen Sie sich für die ÖVP Niederösterreich für 2023? Ich wünsche mir eines, dass alle anderen Parteien eines wissen. Es gibt auch einen 30. Jänner. Es ist jetzt Wahlkampf und die war es im Wahlkampf. Da gibt es viele, die das Miteinander eher nach hinten stehen und auch auf das Gegeneinander in der Wahllauseinandersetzung setzen. Für uns gibt es auch einen 30. Jänner. Da müssen wir wieder zusammenarbeiten. Dann wollen wir wieder mit allen zusammenarbeiten. Für Niederösterreich, für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Das ist unser Ziel. Das ist es, was wir auch anstreben, damit wir auch nach dem Wahlkampf, und so ist unser Wahlkampf auch ausgelegt, dass man nach dem Wahlkampf auch sich in die Augen schauen kann, gemeinsam an der Zukunft Niederösterreichs weiterarbeiten kann. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, Bernhard Ebner. Dankeschön.